Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aktion, also eigentlich nicht neu, ich kenne es schon ein bisschen länger, aber für euch neuen Aktionen, bei der ich mitmache. Es handelt sich hierbei um ein Gewinnspiel von LP Planet and... Ja, und darum geht es darum, dass verschiedene Letzplayer hier mitmachen. Jeder Letzplayer ist sozusagen ein Gewinnlos, möchte man meinen. Und ihr seht schon hier, LP Planet Gewinnspiel mit Nevergast LP. Da müsst ihr eure E-Mail eintragen und schon könnt ihr loslegen. Wenn ihr hier eure E-Mail-Adresse eintragt habt, ist es sozusagen ein Los. Und mit diesem Los könnt ihr dann die folgenden Preise hier gewinnen. Und, was ist mir auch das dran? So, könnt ihr die folgenden Preise hier gewinnen, das ist jetzt nochmal aufgezeigt. Und hier steht auch Klick auf einen der Banner, um das Gewinnspiel zu gelangen. Du darfst bei jedem Partner am Gewinnspiel teilnehmen, indem du auf die verschiedenen Banner klickst. Dies erhöht deine Chance, dass du mit jedem Partner Gewinnspiel lose erhalten kannst. Wir losen am 3. November aus und geben die Gewinner dann hier auf die Seite. Also ihr könnt hier auch von verschiedenen Netzplayern die Netzplays begutachten. Könnt dann sagen, okay, den nehme ich und könnt dann dadurch auch hier diese Dinge gewinnen. Und ja, das ist eine Aktion, einfach um den Netzplayern an sich eine größere Community zu verschaffen. Und auch der Community vielleicht ein paar neue Netzplays vorzuführen. Und natürlich für euch auch noch, um die Gewinne einzuheinsen. Und wir klicken einfach mal auf den Banner hier. Und da seht ihr jetzt schon hier, LP Planet. Hier kriegt ihr sogar für extra 8 Gewinnlose, wenn ihr auf LP Planet klickt. Und dann haben wir hier die ganzen anderen mitschmirkenden. Ihr seht schon, da sind einige dabei. Die haben wesentlich geilere Banner als ich. Die sind wahrscheinlich auch ein bisschen besser dabei. Und jetzt kann ich das jetzt anecken oder gibt es da noch eine weitere Seite. Kann ich gar nicht so sagen. Auf jeden Fall könnt ihr den draufklicken. Mehrere Lose gewinnen. Findet vielleicht noch ein paar cool Netzplays. Ich will davon ausgehen, dass das da mit irgendwas mit... Ich komme gar nicht auf den Namen. Helo zu tun hat, genau. Da bin ich. Hey, da bin ich. Ja. Das sind so die Dinger. Ach, die haben die Facebook-Banner genommen. Achso, okay. Interessant. Kann man da draufklicken. Huch. Achso, siehst du. So geht das dann. Ja. Ich wünsche euch viel Glück. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich hoffe, es wird eine Menge mitmachen. Wir sind ja mittlerweile fast 1000 Leute. Da sollten sich ja wohl einige finden, die da mitmachen wollen. Stichstich machen, tun. Und ja. Das Gewünschte gibt es zum 3. November. Ich wünsche euch eine Menge Spaß. Und ich hoffe, da wird was zusammenkommen. Bis dahin. Adios. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.